Die letzten 20 Minuten, da kannst du sagen, okay, aber alles andere war ab dem Arsch. So was schreckt ist ja ja, die langen Minuten. Ich würde gleich den Teufel an die Wand malen. Das nix. Wenn ich wen jetzt gewinnen soll, ist das eigentlich hier drin, ne? Da wollen wir runter abspringen. Ich springe ab, muss schon, muss gucken, was ich tue. Okay, da wollen einige hin. Da glaub ich jetzt irgendwie verkackt. Ui, Ui, Alter. Ja. Oh Gott, hier oben, was will ich denn hier oben? Hau ab. Jetzt hast du goldenes Chicken da aufgenommen. Ne, das ist hier normal. Nehmen wir erstmal einen Heiltrank, ne? Kann ich schon einen... Ne, ich kann noch keinen Rüstungstrank nehmen, weil ich noch keine Rüstung habe. Jetzt habe ich Rüstung. Simples Spielprinzip, aber irgendwie ganz cool. Netz. Und das Ding. Ne, ich müsste mich entscheiden. Einen weghauen. Ne, wir nehmen mal das Netz mit, das mal testen. Wie zu. Was ich jetzt in der Hand habe, zum Beispiel, wenn ich ein Fernkampfgewehr, Rüstungskolitik zu niedrig. Also, dann können wir das disenchanten. User, join your channel. Hallo. User, join your channel. Hallo, Echse. Ja, moin. Jetzt passt das. Jetzt sind wir jetzt da, wo wir hingehen. Ja. Ich habe es nicht gesehen, jetzt. Ich bin die Channels. Blüm. Keise, wollte ich gar nicht. Wollte auch frage ich jetzt. Wer bist du denn? Wo kommst du her? Du kommst hier mitten in den Livestream. Achso. Ich gehöre zu... Wer bist du herwin? Unde Muka abwacht? Bine Maya. Aber im Channel, wie weiß ich, wer ist noch mal im Channel? Ja, mein Cousin. Also, du hast zu dem kaputten. Genau. Ne, ich teste gerade wie im Royale. Das ist ja auch im Beloyale, so Odd Night Style, ohne Bauen. Aber mit Klassen. Echt interessant. Was ist da, Quantas? Nichts. Was? Und wie heißt du? Bei Battlefield? Äh, Battlefield ist ja schon. Bei PUBG? Weiß ich auch. Das ist ein Apoor. Was? Weiß ich auch. Hunemuku Apoor. Alter. Dein Ernst? Einfacher Name. Sowas von. Ich kann mal auch Account. Ich möchte gerne auch. Boah. Boah. Ich glaube, ich habe dir eine Einladung geschickt. In die Gersin. Da ist er ja. Wenn er jetzt aber den spielt, dann geht er wieder einen weiter, ne? Ja, ist da. Entschuldigung. Er macht doch nichts. Das ist aber unten drunter. Zu du gehen. Einen drunter. User left your channel. Danke. Kann man doch auf Fenster hüpfen? Hi, Timbo. Wieder zu Hause? Direkt an der anderen Kante. Schlecht, oder? The fog sets in. The fog. Er hat auch schon unten. Oh, Nabina hat er auch entfernt. Lass doch noch Gas hier geben. Nehmen wir es. Daumen wir es. Daumen wir es. Wollen wir es jetzt hier? Oder? Nicht große Stadt. Ach, aber da ist nicht die Schmiede, ne? Komme ich denn da hoch? Hallo? Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Wenn der fog gleich da ist, will ich mich noch schnell verschmieden. Ich habe das noch nicht gemacht. Scheint noch zu zu sein, die Geschichte. So, hier ist ein Schmiede. Okay, was will ich denn? Ne, 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 ne. Geile Rüstung. 60 Sekunden dauert der Müll. Vielleicht nur 5 Haltrenge nehmen, oder was? Ne. Was will ich noch? Ah, da fehlt mir der Kram. Passensfähigkeit, die Legen leer nehmen wir auch. Bist du quasi gebunden? Ach, scheiß ich, ich war noch mehr Kampf. Interessant ist, dass das Fenster ausblendet. Oder nee, ich bin Back. Dann haben wir das erste Teil. Oh, jetzt steht da... Oh, die Rüstung dramatisch gesteiert. Oh, mehr kann ich nicht. Ah, jetzt kommt die Zonne. Ich muss bestimmt, ich war halt gleich los. Ja. Das ist fertig. Ich muss weg. Das hat so lange dauert. Ein normaler Rüstungs-Trank. Ich hoffe, ist die besser? Alles gleich. So, jetzt haben wir. Ab durch die Mitte. Komm, mein treuer Gefährte. Gehüpf. Durch die Schlucht. Über den Berg, meine ich. Wenn du mein Pferd, Waldfried. Komm, Waldfried. Wir sind eins mit der Natur. Ich bin zu langsam bestimmt. Mal Automatik. Wann hat hier gerade Fußspuren? Dann bin ich bekloppt. Einbrechen kann ich anscheinend nicht. Oh, voll die Hübel. Alter, geil. Hier ist schon offen. Ich habe keine richtige Nahkampfblende. Okay. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir. Bist du an der richtigen Adresse? Ach, ich habe mich erschreckt, Mann. Ich habe mich erschreckt, Mann. Ich habe dich jetzt hier, ey. Ja. Okay. Da sind jetzt die ganzen Nebengeräusche. Die wollen mir Angst machen. Also, ich hab gern Gaul. Komm, Waldfried. Ey. Furzt. Gabotok, furzt. Erstmal die Lage ausspüren. Waldfried, ruhig, Junge. Ruhig. Das war was? Na ja. Ach, das ist ein Fliegenschiss. Ich dachte, da ist einer. Weinsattel hält das aus. Und ein Fluchtzeug? Ach, hier gibt's auch Drops. Hat er schon. Klar, ne? Dann gibt's bestimmt gleich Besuch. Ja. Superhelden. Oh yes. Hier ist schon alles geräumt. Bisschenier. Bist du. Da hat er noch nicht. In diesen Dingern sind, glaube ich, nur Tränke oder so. Doch. Man kann anscheinend... Ich weiß nicht, wo das Cap liegt. Jetzt hab ich 7-7. Oh. Oh. Hat da einer gef... Irgendwas gemacht. Da ist der Drop. Verdammt. Geht keiner hin. Da hat grad was gebaut, ne? Zehn Sekunden, wo ist er? Schon gesehen? Oh scheiße, der ist schon voll epic. Was hat denn alles mit? Ich brauche erstmal einen Halt dran. Wann rasierst du dich eigentlich endlich mal wieder? Das muss doch schon voll an Marys Oberschenkeln kratzen. Wenn du wüsstest, Schrotfinder, die nehmen wir mal. Die hier. Zwei. Das ist ja ganz weich. Jetzt noch große Ausrüstung würde ich gar nicht machen. Das ist alles hier. Ich bin aber auch schon gedacht, wo die Falle nach oben gehen, so für gesichtsleerste Gelegaszeniker wie mich. Ist besser. So, wenn er tot ist, kann ich dann sein Kram aufsammeln. Äh. Kann ich noch so ein Anpreschen hier, oder was? Ich kann die Heilung behalten. Jetzt kann ich noch Lauben mehr. Hat das Leben noch vier. Wo ist Halt hier? Über der Schmiede. Schon wieder kleiner. Da kommt was angehüpft. 1.060 Rüstung. Das ist ganz gut. er wurde weggeknispelt aber ich habe es nicht mal gehört die Trophy habe ich schon was ist jetzt hier eine Schrotflinte oh der ist auch gerade gelandet kannst dieses goldene Hühnchen nicht nochmal aufnehmen er ist im Nachbargebäude der sich nicht mehr er braucht wahrscheinlich auch nichts mehr wenn ich jetzt rausreine bin ich bestimmt tot was kann ich beim chapter ach scheiße feuer heute sonntag und wir haben kurz über fußball geredet und jetzt wollen sie Faction Play machen ne heute nicht ja Faction Play ist eh nicht meins also von daher alle Jod ok entweder ist er über mir oder rechts neben mir das ist Gift halt die Gift ich schwöre es vielleicht kann ich ihn abschmatzen während er den anderen tötet oh 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 der ist hundertproben Ach, scheiß drauf, komm. Was? Scheiße! Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Yes! Scheiße, wirklich kalt! Ja, wirklich kalt! Ja, wirklich kalt!